Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es ums Aufräumen unserer Blend-Datei. Die muss sauberer werden und damit wir alles von den Dingen sehen, die wir aktuell angelegt haben, müssen wir im Outliner von Scenes, die wir ja aktuell haben, oder View Layer, je nachdem wie es bei euch eingestellt ist, auf Blender-File gehen. Bei Blender-File sehen wir nämlich plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben, nämlich alle Actions und können sie hier auch löschen. Zudem haben wir hier Images, die bereits eingebaut sind oder die wir hier reingepackt haben. Das können wir alles wieder rauswerfen. Zudem haben wir bei den Material Slots einiges, das überhaupt nicht mehr verwendet wird und so weiter. Wir schauen, dass wir die jetzt wirklich schlank bekommen. Als allererstes gucken wir uns mal an, was wir an Actions haben. Wir haben eine Idle und eine Walk. Diese zwei Actions sind somit nicht mehr in Benutzung. Ihr könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, im Action-Tab nachschauen, ob ihr die vielleicht noch benötigt. Ansonsten rechtsklick Delete, rechtsklick Delete. Dann haben wir noch unsere Idle und unsere Walk. Um euch zu demonstrieren, dass wir mehrere Animationen in einem Action-Strip haben können, habe ich in der Idle ganz am Ende den Jump eingefügt. Die Walk habe ich deswegen als eine Einzel-Animation gemacht, damit ihr auch seht, wie man mit zwei Animation-Strips umgeht in Unity. Im Grunde könntet ihr euch eher für einen von beiden Workflows entscheiden, nämlich entweder alle Animationen in einem oder beide getrennt und somit noch eine dritte für den Jump zu bauen. In den Collections haben wir Knochen. Knochen ist leer. Können wir weglöschen. Ich weiß nicht mehr, warum ich es angelegt habe, aber ein gutes Beispiel dafür, dass wir überflüssige Collections haben, die wir weglegen können. Die Bone Shapes. Das sind unsere Custom Bone Shapes, die wir benötigt haben für die Animation hier. Ich lasse sie noch drin, falls wir noch mal etwas verändern oder hinzufügen möchten. Aber generell werden sie für den Export nicht benötigt. Unter dem Roboter liegt unsere Armature sowie unser Mesh. Das ist völlig in Ordnung. Können wir drin lassen. Grease Pencil haben wir gar nicht benutzt. Da wären irgendwelche Annotations, falls wir welche gemacht hätten, können wir soweit ignorieren. Unter den Images sind diese ganzen Images. Die können wir auch deleten. Bei den Materials ist es Geschmackssache. Im Grunde brauchen wir die Materialien, die Blender mitgibt. Nicht in Unity. Wir erstellen dort ein eigenes Material. Von daher sind wir nicht mehr darauf angewiesen. Was ihr aber relativ stolz auf euren Shading Tabs seid, weil ihr die so toll verbunden habt, dann lasst einfach den entsprechenden noch drin, den ihr braucht. In unserem Fall war das die Base Texture. Alle weiteren sind allerdings nicht benötigt und können gelöscht werden. Ich lasse die Base Texture drin. Dann seht ihr, wie es aussieht in Unity, wenn wir sie mit exportieren. Bei den Meshes haben wir nichts Überflüssiges. Das hier sind unsere Custom Bone Shapes. Und danach kommt schon der Roboter. Bei Objects haben wir ebenfalls nichts, was unbedingt weg muss. Und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Danach, wenn wir hier zurück sind, gehen wir in den Object Mode, dann schnappen uns unser Rig und unser Mesh gleichzeitig STRG A ALL TRANSFORMS. Damit stellen wir sicher, dass Location, Rotation und Scale auf 1 sind, denn für den Export brauchen wir immer einen Scale von 1. Das heißt, wenn wir hier durchklicken und rechts gucken, ist alles in Ordnung. Wir sollten nochmal unsere Dimensionen prüfen, ob unser Charakter eine ungefähr gewünschte Größe hat. In meinem Fall ist es ungefähr von einem sehr großen Menschen. Und damit haben wir alles erledigt, was wir benötigen für einen Export. Im nächsten Video geht es darum, wie wir ordentlich exportieren, welche Settings wir brauchen, welches Dateiformat. Und im übernächsten Video werden wir dann schon langsam zu Unity wechseln. Und das zeige ich euch dann auch noch in der Tiefe. Falls ihr jetzt bei dem Cleanup irgendetwas gelöscht habt, stellt sicher, dass ihr nur in einer Kopie von eurer bisherigen File arbeitet. Ich werde euch aber die aufgeräumte Datei wieder auf unseren Share legen. In der Videobeschreibung findet ihr die aktuell zum Download stehende Datei. Und die neueste Variante davon wird eben der Roboter sein, der in einem aufgeräumten Blend-File sitzt. Und die könnt ihr euch ziehen, solltet ihr jetzt in diesem Cleanup-Prozess irgendetwas kaputt gemacht haben. Und damit sehen wir uns wieder beim FBX-Export.